Junge, nimm doch mal der Zählenband, Alter. Ich kann das nicht nehmen. Willst du mich verarschen, jetzt? Weil ich das schon genommen habe. Lol, aber das sollte dann eigentlich weggehen, wenn du es schon genommen hast. Keine Ahnung. Das tut nur anwesend. Warte, warte, warte. Tut nur anwesend. Warte jetzt. Okay, so. Hab ich gemacht. Granate, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ich hab eine genommen, ja. Oder zwei. Ich brauch die eigentlich nicht, aber ich nehm sie ja trotzdem mit, ne. Was man hat, das hat man, das kennt man ja, ne, das Sprichwort. Was nicht passiert ist, kann noch was werden. Ja. Ich finde das irgendwie voll geil. Du meinst, was... Du hast gerade gemeint, was nicht passiert, du meinst, was nicht ist, kann auch werden, oder? Richtig. Genau, okay. Ah, da kommt's, ey. Let's go. So, Zocki. Okay, du weißt Bescheid, was du machen sollst. Rambo-Modus an. Genau. Rambo-weise von Zocki, die kennt ja jetzt mittlerweile jeder. Okay, wir haben hier wieder ein Seelenband, das nehm ich mir mal. Natürlich wieder teilen. Genau. Ich bin ja ein guter Team. Und erfreuen uns halt mal ja gerne mal so. Richtig. Der Standard. Alter. Und ich nehme ihn gerade mit gut 60 FPS auf, du auch, ne? Ja, läuft ganz gut. Ab und zu gibt's noch ein paar kleine Lags, aber das... Frame-Einbrüche, muss ich sagen, aber sonst läuft's schon ganz gut. Ja. Ist jetzt auch nicht gerade das forderndste Spiel, was so auf dem Markt ist. Ja. Voll viele Bildschirme. Ich zerschieß die mal alle hier. Ich auch. Okay, ich meine nicht seine Munition, lieber. Ja gut, das wird nachher sowieso noch welche geben, denke ich mal. Okay, Seelenband wieder für alle. Seelenband war da nämlich. Oh, oh, oh. Ey, Alter, jetzt kommen die Zombie-Apokalypse ohne Scheiß. Genau, jetzt geht's richtig ab. Geht's zur Sache hier. Alter. Ey, Leute, ich konnte den nicht töten. Das Viech da, was da war, halt. Oh, hier ist Exit. Wie komm ich hier raus? Und wir haben dann Seelenband. Ja, hier geht's eigentlich raus, aber ich kann... Kann ich das kaputt machen, irgendwie? Wir sind dran, ist ja Exit. Komm, wie hier raus? Wir müssen warten, glaube ich, hier. Ah, ja, die Monster kommen. Ja, wie ich ja. Laut der Musik, glaube ich. Die sagt schon alles aus. Da kommen die. Oh je. Ich hab' mir ins Herz geschossen. Alter, der geht ab hier. Chill doch mal dein Leben, Alter. Das bin ich, das bin ich, warte, das bin ich. So, okay. Nixer, ja. Jawohl, jetzt hab' ich ne Brechstange. Willkommen in Half-Life 3. Brecheisen, ne? Du weißt ja, man fängt ja da immer mit dem Brecheisen an. Da kannst du ja alles zerknocken und so, ja. Ich hab' das letzte Play, äh, Half-Life 2 war das, ja, da hab' ich bei Kronkh angeguckt. Ja. Mit Cinematic-Mod. Sieht sehr geil aus, Alter. Für das, dass das Spiel schon ewig auf dem Markt ist. Zack, zack, zack. Okay. Irgendwie, irgendwie juckt es mich überall, Alter. Was ist heute los? Ich weiß es leider nicht. Fakt ist, dass hier jetzt gleich ein paar Viecher kommen werden, denke ich mal. Und ich will unbedingt leben wieder, verdammt. Ich will unbedingt leben. Ich hab' keine Munition mehr, zwei Schüsse. Nicht killen, nicht killen, bitte. Wieso sollte ich dich killen? Nein, 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 meine Gegner, damit ich dir ein Leben einnehmen kann. Fuck it, Alter, ich brauch' Muni. Und ich brauch' Leben. Jeder braucht etwas. Komm raus, komm raus, ich brauch' dein Leben. Wollt ihr mich verarschen? Alter, ich bin gleich tot. Wie kann ich nochmal Mess... ...mit einer Monster so. Alter, die wollen dann... Hammer, jetzt hab' ich einen Hammer bekommen. Lol. Schraubenzieher. Ey, cool. Schraubenzieher haben wir auch noch hier. Bam, 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 bam. Da brauchst du recht lange, bis du die alle killst. Also mit einem Faustschlag und so. Aber, ey, ich hab' hier so'n Axt gefunden. Die soll wahrscheinlich effektiver sein. Ja, stimmt schon. So, okay, gehen wir mal weiter. Also, solche Nachkampfangriffen mag ich auch, ja? Mhm. Mit Brecheisen und so. Ey, der ist gar nicht so dumm hier. Der ist grad... Der ist grad weggegangen. Soll ich komm' hier hin? Ich brauch' unbedingt Leben wieder. Verdammt, ey. Aaaaah. Er reicht insgesamt 120 Sekunden mit besetzten Körpern. Aufstieg, 5, Plünderer. Granate verbessert. Eine Granate plus. Okay. Also, wo geh ich eigentlich gerade hin? Keine Ahnung. Kammele die Granate. Nein, hier ist ein Seelenbrand. Ich nehm' das gerade mal. So. Boah, das macht voll grad... Richtig Spaß, ne? Voll fun, ne? Ja, hier zu zocken. Bin ich auch, ey. Vor allem, wenn's da mal läuft. Dann ist das echt perfekt. So. Was gab's denn noch? Ach, ich... Ich hol mir erstmal ne Dose Cola. Jetzt nicht mehr. Oh, schade. Da hab ich's leider kaputt gemacht. Oh, Uzi. Uzi. Uzi ist besser, Alter. Ey, warte mal. Da kann... Da kann man ja innen... Innen durchgucken. Guck mal. Innen drin. Ey, voll geil. Voll geil. Okay, geh mal weiter. Die Uzi wird auf jeden Fall noch... Noch... Äh... Was bringen. Oh. Wir haben hier ne Waffe. Für dich, wenn du sie brauchst. Ja, ich nehm' die mal statt der Pistole. Weil die sowieso leer. Die kann ich leider nicht nehmen. Ja, dafür hast du... Hast du andere Fähigkeiten. Die auch sehr geil sind. Und wenn ich richtig... Voll viel... Also in einem hohen Level bin. Da kann ich irgendwann mal so lange... Äh... Schießen wie du. Ja, genau. Das ist dann auch sehr geil. Okay. Hier geht's raus. Genau. Ja, da kommen sie jetzt. Die Zombie-Apokalypse. Leu, sie waren weg auf einmal. Ja, das hat... Nicht... Nicht auf mich schießen. Granate! Lässt sich nicht immer vermeiden. Alter, diese Viecher werfen Granaten. Die lassen Granaten fallen. Scheiße, Alter. Wo geht's hier hoch? Ich muss hier raus. Warte mal. Wir müssen warten hier, glaube ich. Wir müssen die Leiter hier hoch. Guck. Boah, da war Alma, Alter. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich hab die Leiter gar nicht gesehen. Fuck. Verzieh dich, Junge. Verzieh dich. Boah, die... Alter, die können ja überall rüber springen, ey. Hinter mir. Fuck. Warte. Warte so. Guck mal, direkt eingenommen. Ja. Boah, hinter mir. Ah, Messer, 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 nehm ich besser. Das ist gut. Alter, Scheiße, ich hab Probleme. Leck gerade. So, okay. Nein. Ah, die bekommen denn hier noch, Alter. Warte mal. Ich kann nicht machen. Wenn ich nicht schieße, dann sterbe ich. Alter, ich muss aufwarten. Ich werde dir gerade mit Messer ab, okay? Ja, gut, mach mal. Nein. Boah. Leg ich mich erst mal auf die Fresse. Dann komm ich jetzt hier rüber. Lecker, Leben, Leben, Leben. Super. Ich komm auf den Boden hin. Hier, nächster hier. Zack. Alter, wie viele Granaten. Na, weh. Boah, zu viele Granaten, Mann. Ja, mehr nächstes. Okay, los geht's. Direkt, komm. Verbindung zur Klientz, seid ihr verloren. Das hat ja aber jetzt lange gedauert, bis es mal passiert ist. Deshalb würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Genau, haut da rein. Ciao.